Mein Gott, ist das langweilig. Ganz schön langweilig. Oh, ist das langweilig. Wenn ich das vorher gewusst hätte, Alter. Man müsste vielleicht was spielen. Spielen? Was denn? Na, vielleicht Kaufmannsladen. Kaufmannsladen, wie wär's denn mit Hopsa oder so? Hopsa kann ich gar nicht. Komm, wir spielen Kaufmannsladen. Du kaufst das, du kommst als Käufer und ich bin der Verkäufer. Das ist hier der Ladentisch. Und dann kommst du und kaufst was. Die Tür ist ja immer offen. Ich komme jetzt da so rein. Falim, Falim. Guten Tag. Bitteschön, was darf es sein? Ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites. Ne, 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 ne. Ja, ne, ne. Da warst du nicht drauf vor, Reik. Mach mal was anderes. Mach mal was anderes. Mach mal was anderes. Ich komme jetzt nochmal, ja. Ja? Du wirst gleich am Klingeln merken, es ist immer noch derselbe Laan. Ah, ja. Palim, Palim. Guten Tag. Guten Tag. Bitte schön, was darf es sein? Ich hätte gerne eine kleine Flasche Pommes frites. Eine kleine wird doch wohl möglich sein. Du kannst das nicht. Du bist schlecht sortiert. Ne, ne, ne. Du machst jetzt mal den Verkäufer, ich mach mal den Verkäufer. Palim, Palim. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte gern Pommes frites. Ja, haben Sie denn eine Flasche mit? Danke.